ARD Text im Auftrag von Funk Ich bitte Strafiger Sascha, Halloلالا Hallo Sascha Dre dich mal um Hallo Sascha Attacke Wohlelalo Was ist das für das Was war das! Was war das? Aghh nein er hat er hat er hat sich das ist ja sehr schön danke die zuvor ich komme danach da du gehst vor ich komme danach es gibt es doch nicht gut nehmt mal ne andere Waffe, nehmt mal ne andere Waffe, nehmt mal unsere L6, nehmt die mal hier, nehmt die das muss man eigentlich bis jetzt immer gut klargekommen NOO, das kann alles wahr sein, das kommt ja noch von hinten Auuuu Oh man, das ist ein Game Unglaublich, ja, ja friss 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 friss, alter friss man Das sieht aus Nö, nö, hier geh ich nicht lang Nö. 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 Geronimo! Ja, Mann! Und jetzt... Ah! Und... Ja, ich hasse das! Das ist doch nicht so... Warte mal, wir sind hier auf den nahen Raum! Stimmt, warum bin ich eigentlich nicht gleich drauf gekommen? Ich bin doch Idiot, ey! Meine Güte, bin ich bescheuert! Wir kämpfen hier auf dem engsten Raum, ich benutze schon dann auch die Waffe! Ich... Mann, 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 Stefan! Nein! Das kann doch nicht sein! Alter, ist das nicht so... Es ist nämlich schon zu dritt, weil wir den Winkel ran, der Pisser! Hab ich glaub schon mal den Kill gemacht? Nee, doch eh den hab ich schon gemacht! Oh, Mann! Nee, nee! Mann, schau mal die Karte! Uah! Angel. Wir haben kein Problem! Nee. Ah. Das kann nicht sein, ich bin voll am verkacken hier, alter gerade. Ich könnte kotzen. Ich könnte kotzen. Ich bin grad sowasétais vomärm verkacken. Boi! Oh Leute! Jetzt reicht's. Ich hab's schon noch zu voll hier. Ich nehm mal harte, ich nehm mal einfach so ne, so ne, so ne, so ne. Seid so ähnlich. Die ist genau so bescheuert, aber ich nehm's jetzt einfach mal. Weil wir das können. Haut ab! Ah, da, da! Leute, hier ist ja auch keiner. Sind die da unten, oder was? Wo? Ah, die Bremsen... Die Bremsen. Hop-ня-la-la-la-la-la-la-la-la! Das� Target war, dass ja die Bremse bekam! War so nix! Das ist eigentlich glmehr-labor so! Du sag Marsh Sauce! steuerlich sich ruhig ja auch seit Jahren ja klar 得 du man käuze du kannst gut Prozent Prozent 18 ich hab dich voll gerettet ich hab dich gerettet weiß ich was los ich bin überfordert ich weiß nicht wohin mit mir ah ah bleib hängen, nicht hängen, nicht hängen bleiben war dort ist es gut wie lang hier oder es kann nicht sein gegen mp-7 gegen mp-7 das schluss bitte bleib im Leben ich weiß nicht wo lang hier lang hier lang anu? anu? hier runter? ok ok und jetzt? und jetzt und jetzt? uah! uuhh WTF NEIN! hin und resen hin und resen uah! 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 ich will es nicht, ja ich will es nicht spielen ich bin ja den Raum rein da bin ich etwas sicher oah! ich will ich sterben komm schon, komm schon 100 Prozent? Ja! Jetzt geht's los! Ja, ich hab wieder das unterwegs. Au! Ohlalalalalalalalalalalala! Ja! Töne mich nicht! Töne mich nicht! Nein! Au! Okay, okay, okay! Viel zu viele! Scheiße! Hm! Also die Waffe ist auch nicht so toll. Hm, welchen wir denn dann? Nehmen wir mal den Typ 88 LMG, oder? Probe ich mal die mal aus. Ob die auch so scheiße ist halt. Dann machen wir mal... Ach, wir haben ja nichts anderes. Äh, juhu. So! Ähm, ja. Ja. Gehen wir mal hier lang. Ahahaha! Das kann nicht sein! Ich krieg' gleich die Krise, alter! Ich krieg' gleich die Krise! Das ist einfach das Problem bei dir, Achtung! So! Alter, hier! Hast du deinen Medikit? Äh, ich meine... Ach, du weißt schon was ich meine. Ich hasse... Wow! Boah! Loll! Ich bin so am Verkacken! Ich bin so grottenschlecht, ey! Warte, ich nehme mal wieder ne andere Waffe! Warte, wir nehmen mal, 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 äh... Was machen wir es denn? Na hier ist doch! So, die nehmen wir jetzt. Wenn der mich mit der Waffe von Verkacken hin ist! Oh, Sam! Was ist, verlegt den jetzt schon auf dem Boden? Nö, nö, hier geh' ich nicht lang! Nö! Nö! Oh, 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 oh! Oh nein, 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 nein! ACH! Mensch! Ich bin so geschlecht! Ich bin so geschlecht! Ich hasse, Wellolololololololololololololololololololololololololololo Aaaaaaah! Term 이름 stört! Ja, afgh! Oh Scheisse! cht! Seed exchange oder das wir jetzt echt! Ähm... um ich brauche Medic ich brauche Medic Nein! Oh, dieser Typ geht mir langsam auf den Sack mit seiner UMP, Alter! So stark ist sie doch gar nicht! Ist die UMP echt so stark? Nee, ach doch nicht die UMP! Okay, wir machen was auch raus jetzt, ja! Leute, kämpfen und ich kämpfe, wenn... Nein, Leute, jetzt kriege ich langsam die Krise hier! Hier, 10.5, guck euch das mal an, wie schlecht ich bin! Ah, ist nicht gekommen! Oh, nee, was ist jetzt los? Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll, ich bin hier total überfordert gerade! Ich bin gerade echt... Hier, da hinten renner! Uah! Uah, 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 uah! Nein! Oh, ich höre mir doch verkackt! Ich verliere sogar jedes 1 gegen 1! Es reicht! Bin ich auch mal so nem Kack-Noob, Alter! Jetzt hab ich mich doch voll langsam hier! Sooo, wo ist er? Na, hier ist er! Haha! Sooo! Sie hat mich mal so nem Kack-Noob! Uah, loll! Achtung! Das Einsatz ziel wurde neutralisiert! Wieder... Kommt her! Das Einsatz ziel wurde neutralisiert! Doch! Ach! Äh, hä? Huah! Huah! Dann nehm ich mal so ne Kack-Noob vorhin, und dann popt mich so ne anderen Nuob weg, ey! Ist ja unglaublich! Uts! Uts! Neiin! Ja! Danke! Okay, 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 okay. Hier, hast du Munition. Alles Dankeschön. Oh, danke! Ist auch gar nichts. Was ist los? Jetzt, jetzt, jetzt. Okay, okay. Was nimmt A ein? Ich will, ich will Kaboom machen. Was nimmt A ein? Ich will Kaboom machen. Kaboom! Oh, lol. Ich bin schon tot, Leute. Ja, genau. Spray da noch ein bisschen rum. Ich bin ja schon tot. Oder zur Info. Kann gut sein. Äh, alles okay? Okay. Was ist denn da los? Wow. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll, was ich machen soll. Ich bin gerade voll überfordert hier. Oh, ich rede von mir jetzt hier rein. Und dann rede ich nach links. Und dann rede ich doch gerade aus. Und dann, oh ne, hier löde ich den Schlag. Nein! Oh, ne! Also, die Waffe ist auch nichts für mich. Ich muss doch irgendeine Waffe finden, wo ich wirklich gut bin damit. G3? Äh, ne, ne, ich hab jetzt nichts gesagt. Eigentlich mag ich den G3 überhaupt nicht. Wow! Wow! Oh, oh. Ach, ich krieg die Krise heute noch. Ich bin so kacke heute. Ich bin so kacke schlecht, dass es mir selber davon schlecht wird. Ich kann mich nicht mal entscheiden, wo ich Waffe nicht nehmen will, Alter. Ich, 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 ich zapp hier durch. Und nehm... Toll. Hau ab! Hau ab! ... Wua! Hau ab mit der ja-kackten Waffe! Uuuhh! Nööööö! H� ja noch 600 Kils mit der Granate. Pff! Was ist das so durch? Ne! Die wollen schon Goldschirpen? Prozent ich will keine Pump-Root-Action Bup! Vorsicht, hab' nen feindlichen Kneifer-Gedicht nach oben! Ne, der war gut! Müsst du aber zugeben, der war gut! Na, na, was macht denn der? Granate! Jo! Hier ist deine Munition! Uah! Los! Granate! Boom! Granate! Uah! Ja! Och ne! Schau mal, der Typ in der UMP! Das kann doch nicht sein! So gut ist die Knarre noch gar nicht! Speed, wie hieß denn der eigentlich Speed hier? Gut, okay! Ich probier jetzt auch mal die UMP aus! So! Reflex! Laserpainer! Und Schalldämpfer! So! Mal gucken, ob die wirklich so gut ist! Die UMP! Oh! Ja! Ja! Oh! Böhmann selber die UMP nutzen, dann wird es in der Kill Cloud, ey. Das ist echt nicht fair. Die ist ganz gut, sie ist eigentlich, die ist immer gar nicht so schlecht. Hey, so schlecht ist die immer gar nicht. Die UMP hat eigentlich eine ganz gute Präsentierung. Ich bin so am Abkacken. So, äh, nicht darunter springen. Oh, ach, sind schon alle tot? Achso. Oh. So. Wo lang? Moin! Scheiße, ich bin so am Abkacken. So, äh, nicht darunter springen. Hilfe. Geh da raus! Geh da raus! Sascha! Sascha, geh da raus! Bitte! Danke. Uuuh! Weil ich gespawnt bin nicht kackt, ey! Gut. Das war's von mir. Den nächsten Lab wird, glaube ich, denke ich mal, ich weiß es nicht sein. Ich lass mich einfach mal überraschen. Ey, der Speed Moster, ey, damit seiner komischen UMP bemerkt, das war ja absolut perverse. Also wie ihr sehen könnt Rabbit Womb verkackt auf Sowas Einfach nur Naja Mal den Abzug abdrücken Oder wie das Egal Wie ihr sehen könnt Ich verkacke auf so eine Art und Weise Close Quarters Weil das für mich Call of Duty ist Und ich kann ja kein Call of Duty spielen Wie ihr wisst Ich bin ja nur so Parzerfahrer und so Aber hey Wir müssen ja mal alle spielen Wir müssen ja mal zeigen Dass ich auch da versagen kann Und wir sehen uns dann in dem nächsten Teil Bis gleich Muhahaha